komm schon die wollen wir jetzt nicht entgegen sprinten hier noch irgendwelche feinde ab dem alten haben wir es echt gegeben lasst der agnostik bladlast ist das ein nimbus 200 ach oblivion ich freue mich auch irgendwie schon aufs geil oblivion wenn da endlich mal eine release-version rauskommt das wurde direkt schon ein paar jahre ist auf jeden fall super dedicated keiner getroffen alle am leben gibt es denn sowas komm schon du alter röpel topass lass uns hier mal hoch sneaken oh und wenn wir dann eine weitere questline verfolgen dann werden wir massig schließen dürfen den skamp hier hinten gesniped gesniped läuft hier noch irgendein dude rum das war genial den begriff sich um zu drehen das war halt jetzt hatte jetzt echt was richtig komisches ist alter ihr nullten wer ihr sterbt indem ihr dagegen lauft ihr lacht bei mir weißt du dann nee halt er erscheinen auft dem ный mit um die imagine kommen einfach Es wäre echt nicht auszudenken, wenn die dann in den nahen Etappen quasi draufgehen würden, weil sie ein bisschen los wie ein Krupp, wenn wir irgendwelche doofen Feinden laufen. Und ja, ich kenne die Oblivion-KI, die machen sowas. Die bringen durchaus sowas Blöds fertig. Irgendwelche komischen Fallen triggern und dann draufgehen. Wie die eine Dame in der Aufnahme mit der Kämpfergilde. Schön die Falle gelaufen und weg war sie. Hier kommt noch einer. Ich habe ja schon gegen Flammein. Alter. Ah. Wie die das Leben weggeballert haben. Wo gibt es denn sowas? Na ja. Ich werde mir später mal ein Tofu machen. Ist anscheinend schon vorgewürzt. Aber so richtig Tofu direkt habe ich noch nie in seiner Rohform gegessen. Und werde auf jeden Fall mal testen, wie nach was und ob man das so necken kann. Ein Fehler. Du hast dich bewegt, du alter Tremora. Boah. Boah, 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 boah. So weit, so weit. Warten wir mal ab, alle geheilt. Tür geöffnet mit Siegelschlüssel. Boah und ich haben die Siegelsteinkammer erreicht. Nun müssen wir das Tor schließen. Ja, machen wir gleich ja mal. Och man, ich habe mir auch überlegt, ob ich schon mal Subnautica Below Zero anfangen soll. Scheint jetzt in einem guten Stadium zu sein, wo es quasi schon playable ist. Nein, ist auch... Hä? Hier kommt noch einer. Wo? Ich meine, das Ganze war auch vorher schon playable. Wo ist der Letzte? War schon vorher playable, aber es scheint jetzt so langsam in ein wirkliches Release-Stadium zu kommen. Sechs Gold für einen Tremora-Bogen. Ja, es gibt Tremora- und Daedra-Waffen. Ihr lebt alle, ihr lebt. Und die Daedra-Waffen, die hier sind, ziemlich wertvoll. So. Haben wir es jetzt endlich mal geschafft. Die Daedra-Waffen sind richtig wertvoll. Die Tremora-Sachen sind... ...nicht ganz so. Fressen wir mal zwei Herzen hier rein. Bitte. Und noch ein paar. Das Gedöns nehmen wir auch noch mit. Die Schote da vorne ist auch geerntet. Na, gehen wir mal auf Nummer sicher und schauen. Weil Subnautica petzt eigentlich schon ziemlich. Zumindest für mich. Und ich möchte mal sehen, wie sich das mittlerweile verändert hat. Ich meine, es gab ja Bugs ohne Ende vorher, aber... Sollte jetzt Stable laufen. Ja, Burt. Soweit, so gut. Weil er überlebt. Alles fresh. Ich habe das Tor mit Hauptmann, Burt geschlossen. Ich soll den fragen, ob ich ihm noch weiterhelfen kann. Ja. Ich habe den Garten mit Kapitän Burt geschlossen. Ich muss ihn fragen, ob er mehr Hilfe von mir braucht. Der Guri-Puri. Ah, danke schön. Geil. Ja, das können wir. Verteidigung von Brumma. Wir haben es geschafft. Das Tor ist so. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein Herr. Nachdem ich nun weiß, was zu tun ist, sollten neue Tore in der Nähe von Brumma kein Problem mehr für mich und meine Männer sein. Das klingt auch super. Das klingt geil. Genau das wollte ich haben. Dann gehen wir mal hier in die Stadt rein und verkaufen. Das Zeug, das machen. Ich muss ja den ganzen Blitz hin da mitschleppen. Wie geht es euch heute? Wie geht es euch heute? Mir geht es ganz fein. Mein Oblivion-Tor ist zu. Brumma ist so gut wie gerettet. Schönen Tag. Ich bin Tolgan, Herold der Gräfin Narina Carvain hier in Brumma. Sie bittet euch, sie so schnell wie möglich aufzusuchen. Auf was bezählt sich die hieß? Die Gräfin Carvain würde lieber mit euch persönlich sprechen. Sie bat mich auch, euch dieses Präsent als kleinen Anreiz zu überreichen. Meine Herrin empfängt von morgens acht bis abends um sechs Besucher. Das wäre die beste Zeit, mit ihr zu sprechen. Gute Übersetzung auf jeden Fall. Anscheinend unterweist Rechtswind auch andere Mitglieder der Kämpfergilde in der Kunst der Klinge. Rechtswind? Hört sich falsch an. Geht nur. Ich will nur Linkswind. Die Gräfin hält täglich von morgens acht bis abends um sechs Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr dürft euch auch gerne in der großen Halle aufhalten, während ihr wartet. Schönen Tag. Schönen Tag. Der alte... Zack hat das Gespräch beendet, ja. Wie ich höre, habt ihr der Wache beim Schließen des Oblivion-Tors geholfen. Danke. Wir machten uns bereits Sorgen wegen dem verfluchten Ding. Ja, Oblivion-Teure sind keine schöne Sache vor der Stadt. Ich hörte die Wachen erwähnen, dass die Gräfin nach einem weiteren Artefakt für ihre Sammlung sucht. Und das von unseren Steuergeldern. Fies, ne? Kommen wir zum Geschäft. Jetzt weißt du, wie es uns mit GRZ und allem geht. Das ist ein gut. Ein exzellent. Wenn man sich nur den Quatsch, den Punkt so verzapft, anschaut, dann braucht man auch nicht wirklich den Zettel zu bezahlen. Schönen Tag. Wer so geilen Content macht, darum geht es nicht. Kritiker werden mundtot gemacht. Naja. Aber es könnte schlimmer sein. Oder besser. Mutterkraut. Kann ich noch ein Herz geben mit Haradra? Na, leider nicht. Gehen wir mal zum anderen Shop hier oben. Und verbümsen wir da mal ein bisschen Zeug. Was sagt man jetzt so? Was sagt man, weil so verbümsen? Ist das neue Wort für Vertrücken? Wir führen Kleidung und Rüstung. Und ich habe Kopfschmerzen, also sprecht bitte leise. Nordwinde? Sorry, du nicht zu vielen Südwinden ausgesetzt bist. Wir trinken, weil wir glücklich sind. Wir sind Nord. Nur die belegte Zunge und der dicke Kopf am Tag danach machen mich unglücklich. Das glaube ich dir. Gerüchte. Wenn sich jetzt überall Oblivion-Tore auftun, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine andere Stadt dasselbe Schicksal wie Quatsch erleidet. Das ist nur eine Frage der Das ist nur eine Frage der